Tschüss! Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich fahr falsch rum! Hier lang! Die Steuerung ist ein bisschen verkackt behindert. Ja, 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 guck guck! Ich fahr falsch rum, hast du ja gesehen! Äh, wo geht's denn lang? Nuss! Ich kann es nicht fassen, ich habe verloren! So eine Scheiße, boah! Bin ja auch falsch gefahren! Jeder ist nervös für den ersten Mal. Der Pool ist da oben. Kannst du schwimmen? Du kannst in der Poole spielen. Lass uns einen versuchen! Versuch'n bisschen mal. Okay. Ah! Äh! Hä? Ja! Da steht aber nicht da, was du drücken sollst. Aber ich wähl's den noch beim ersten Teil. Start! Hit! Oh, du sag! Das steht ja nicht da! Das ist ja voll der Beschiss, Alter! Das ist ja doch beschissender wie der erste Teil! Witzig! Willst du noch ein paar Beachvolleyball versuchen? Das ist dein erstes Spiel. Wir nehmen es langsam, okay? Beachvolleyball. Na, klasse. Das kann ich ja so gut. Guck, steht hier überhaupt nicht? Passen oder stellen? Ballzeug schlagen, angreifen. So A und B, okay. Okay. B ist passen und stellen. Und B ist halt, machst du Puff. Ja, komm. Wo bin ich denn? Ach, hier. Hoi! Hä? Och, die Alte. Nein! Voll versaut. Ich hab doch gedrückt. Pff, hä? Irgendwie doof. Booyah! 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 Und nochmal Booyah! Und nochmal Booyah! Und nochmal Booyah! Und Boom! Irgendwas haben wir hier wohl. Drücke mal die falsche Taste! Hoi! Wir packen das! Wir packen das! Dicke! Dicke! Och! Ey! Uff, du hast du auch. Uff, dein Mann Independient! Ja, wir verzeihen. Oh, du hast den verdient. Oh! Wir können es nicht! Wir können es machen! Ja! Ja! Ich hab mir gedruckt! Na toll, noch einen Punkt, dann haben wir verloren. Also haben wir schon verloren. die währung hat in sich definitiv also so buckle ich jetzt blablabla 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 Ah, kann ich mir ganz aussuchen. Moonlight Reef. Gampstones. Sweet. Seabreeze. Coattage. Moonlight Reef. Komm hier, wir gehen in die Sweet, Alter. Ja, richtig. Now it's time for my bubble bath. Klopf, klopf. Lass mich nicht raten. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. So, ich kenn dir den schon. Wo war denn das? Äh, wir sind ein bisschen anders. Sammlung? Sammlung, oder? Ähm. Nee. Okay. Äh. 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 Was ist die Boutique? Oh, was gibt's denn hier? Irgendwie, äh... Komischen Sachen. Da gibt's Bahnanzüge. Was ist das? Haben wir sie kaufen? Nee, oder? Das ist doch nicht euer Ernst. Nee, nee, nee. In-Game-Geld. Ich will aber niemandem ein Geschenk geben. Ich will eins haben. Ich schenk mal... Ach komm, ich schenk dir Tina mal das. So. Hab ich jetzt gemacht. Aber wo seh ich jetzt, was ich habe? Geh mal ins Casino. Und wir haben ein bisschen Kohle nebenbei verdienen. Roulette. Blackjack. Spielautomaten. Poker. Roulette. Geh erstmal an den Automaten. Das sind hier genau dieselben. Lul. Ja. Das ist genau dasselbe. Hast nicht genug Geld wie die letzten zwei. So. Und der... Das. Sieh mal. Was? Nee, es sind auf jeden Fall andere. Der macht aber genauso komische Geräusche. So, was sagt der? Der macht auch komische Geräusche. Der macht auch Tiergeräusche. Sag ich doch. Der geht nicht. Und hier habe ich immer Kohle verdient. Das Wesigt. War der erste. Oder auch nicht. Ich versuchte jetzt irgendwie Kohle. Ich will reich werden. Reich wie eine Ente. Wie reich ist eigentlich eine Ente? Das frage ich mich gerade. Oh, ey was. Ach, jetzt hätte ich es doch gewusst, ne? Ist doch immer so. Hast du zwei, ist der letzte automatisch falsch. Siehste? Na. Das ist doch Absicht, oder? Das ist ein Cheater-Automat. Wo sieht das denn? Das ist ja wohl beschiss. Das ist ja wohl hier. Richtig beschiss. Wow. Zonen 500. Was ist das denn? Soll ich kotzen? Soll ich kotzen? Aber socks gleich. Er hat SIhte kurz happiest. Einiger 1.500. Das ist ja wohl ne Verarschung, alter. schiebst hat 300 rein und kriegst ja mal 1500 wieder ja wenn er schnupfen hat es ist erkältet es ist Ja, das ist der Hammer, Alter. Das ist super. Könnt ihr schon die Witz von den erkälteten Chinesen? Nicht? Hier ist er. Ihr hört ihn gerade selber. Pass auf, da kommt er. So, den noch mal probieren. Hier habe ich gar keine Ahnung, irgendwelche komischen Formeln. Glaub ich. Hier könnte ich gucken. E gleich mc², f gleich gm d hoch 2. Das sind Formeln. Das sind echt Formeln, Alter. Das fängt hier so. h gleich h2pi. h hoch 2. Ne, h. Doch. h durch doppelpi. h durch doppelpi ist das genau. Wie ist die total sinnlos mit den Formeln, finde ich. Man kann es irgendwie nicht zuordnen, ich weiß auch nicht. So, machen wir mal eine Runde Poker. Poker kann ich ja wenigstens. Ich werde nicht verlieren. Oh, die Bilder gefallen mir doch. Los geht's! Wie geht's? Darf ich auch? Ähm, ich äh... Ähm... Ich bin bereit. Das ist ein Pickle. Ich bin raus. Ich fahre. Hier, fahre diese. Hör auf! Ähm, wenn ich ja Glück habe, steigt die auch raus und habe ich trotzdem gewonnen. Kälte die und die Kälte die. Du wirst nicht wissen, was deine Limite ist. Ich bin bereit. Ich zeige dir, wer ist der Boss. Hm, also was? Ja, ich hab zwei Paare. Hahaha. Uiiiiiiii. Ähm... Ich hoffe, dass das funktioniert. Okay. Ah, sie stellt aus. Sie wechselt die Karten. Sie genau so. Mal zwei, drei... Jay behalten wir auch mal. So. Zeige mir, was du hast. Hm. Zwei, drei, vier. Ich werde weitergehen. Hm. Ich werde weitergehen. Ich werde weitergehen. Hm. Komm mal, Baby. Zeig's. Ich will sehen. Ach, du Sau. Oh, wow! Bist du sicher? Die Sau. Ähm... Ah... Uiiiiiiii. Ein Paar... Und... Fast eine Straße. Scheiße. Ich bin bereit. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Haha, tschüss. Acht, neun... Brauch ich hier noch eine Zehn. Was machst du? Ich halte die Karten. Was sieht denn sonst aus? Ich brauche sie nicht. Zwei Paare. Lass uns das machen. Ich bin fertig. Die Körö hier. Alter, die geht mit, die alte. Scheiße. Alter, die geht mit. Alter, leg mich im Arsch. Zeig. Ach, du Sau. Ich hab' einen Drilling gehabt. Ich hab' nur zwei Paare und die hat'n Dreier. Ich hab' gedacht, die blöfft nur. Ein paar. Das funktioniert nicht. Hm. Natürlich nur ein Paar, ne? Die werd' ich halten. Da. Wie geht's dir? Ich hab' nur ein Paar. Nee, ich geh' raus. Ich steig' raus. Ich steig' raus. Stupid Game. Ich bin untouchable. Tina hat gewonnen. Genau, noch was sie hatte. Ist auch eigentlich Bums. Schau mir, was du hast. 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 Wie bescheuert. Ich lasse dich alle spielen. Schau mir, was du hast. Hm. Ähm. Wer wird gewinnen? Ich? Ähm. Ähm. Ich will nicht die. Kann ich die haben? Na? Oh, 5, 6, 7. Und die 9. Ich bin die 8. Nein! Ähm. Ich hoffe, das funktioniert. Aber ich hab' 5, 6, 7. Das ist immerhin, ne? Ich bin gleich zurück. Geh' sie weg. Geh' sie weg. Ein Pärchen. Ein Pärchen. Ich bin wundern. Alter. Ich kenne mich nicht weg. Ich verliebe meine ganze Gnete wieder. Ich kenn' dich. Oh. Das ist nicht funktioniert. Das ist ein gutes Paar, Alter. Das ist ein sehr gutes Paar. Das ist ein sehr gutes Paar. Vergiss das. Let's go. How about they? Sock hier. Dame. Was machst du? Zeig' mir, was du hast. Bring' sie weg. Na, zeig' ich mal. Was hast du denn? Ich hab' auch ein Paar. Mein Paar ist aber höher. Ein Paar? Ich glaub' nur ein Paar. Ich bin bereit. Wer wird gewinnen? Ich? Kann ich diese haben? Ja, ja, ja. Noch ein Paar. Zwei, drei. Nee, passt nicht. Wollen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir was. Nein! Ja, komm. Zeig' ich. Ja, die gehen hier die ganze Zeit mit. Komm' an, Baby! Ein Paar, ein Paar. Ich brauch' ein Paar. Aber das Paar ist höher. Ich weiß nicht. Fünf, sechs, sieben, acht. Hey, ich geh' raus. Hm. Komm' an, zeig' mir was du hast. Ach so, ein Karten. Du wie ich, oder? Ich bin bereit. Ich kenne dich. Ich bin bereit. Ich kenne dich. Yo, meine lieben Weiber. Das ist der Weg. Ach, du Sau. Zwei Paare, die Sau. Wie geht's an? Ich bring' es an. Ich bring' es an. Wer wird gewinnen? Ich? Ich geh' höher. Ich geh' höher. Nico. Wie geht's? Ich brauch' nicht diese. Ich brauch' nicht diese. Kann ich diese haben? Okay, fünf, sechs, sieben, acht. Nein! Ich werde weiter gehen. Ich hoffe, das funktioniert. Nein, passt nicht. Schuhe! Das ist verdammt. Wir fahren! Ich vem' rennen! Schau mir was du hast! Ich bin heute noch! Ich bin heute noch! Alter, ich verliere! Kann nicht! Ja, meine Knete ist verloren! Mein Poker! Komplett! Alles verspielt! Alter, was? Ja, ich habe sowieso verloren! Ja, toll! Ganze Knete verloren! Okay, ich versuche noch mal beim Roulette meine letzte Knete auszugeben. Hier. Ich setze... ...meine Rest auf Rot. Du musst fokussieren. Okay, nichts geht mehr! Schwarz! War ja klar! Ich setze alles auf Rot. Und... ...hört kommt Schwarz. Easy is pulling the trigger. Hä? Jetzt... ...bin ich auch arm. Kann ich eigentlich noch irgendwo... Was? Gibt es ein Freispiel? Nicht? So ein Scheiß, Alter! Nacht! Heute war ein guter Tag. Äh, ne, ich habe mein ganzes Geld verloren. War kein schöner Tag, war ein Scheiß-Tag. cui in die oder so habe ich auch einen Scheiß-Tag hast? Ich habe mir immer mehr Geld, Ich habe mein Geld. Vielen Dank.